Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich grüße euch aus dem Just More. Ich bin Anna, ich unterrichte hier sowas in Richtung Yoga, Body and Mind, also was Entspanntes. Die letzten Videos, die wir ausgestrahlt haben, waren ja ein bisschen intensiver und actionreicher. Und ja, heute kommt ein bisschen was in Richtung Entspannung, Dehnung, Mobilisation, Richtung Atemwahrnehmung. Also lasst euch einfach überraschen. Körper, Seele, Geist, das ist ja irgendwie eine Einheit, das gehört zusammen. Und ich habe was für den Körper, dafür etwas vorbereitet, für den Geist und auch für die Seele, was Entspanntes. Fangen wir mit dem Geist an. Ich wollte euch gerne einfach an einem Gedanken teilhaben lassen, den ich im Alltag eigentlich ganz hilfreich oder ganz inspirierend finde. Und zwar, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass unsere Gedanken entweder in der Vergangenheit festhängen oder irgendwo schon in der Zukunft sind, aber ganz selten oder zumindest nicht so oft wirklich in der Gegenwart präsent sind. Und, naja, deine Energie und deine Aufmerksamkeit, die folgt immer deinen Gedanken. Also da, wo du mit deinen Gedanken bist, da bist auch du, könnte man sagen. Und wenn du viel mit deinen Gedanken in der Vergangenheit lebst, dann bist du da präsent. Und wenn du mit deinen Gedanken aber schon viel in der Zukunft bist, dann bist du vielleicht eher in Träumen, in Visionen unterwegs, aber auch nicht so richtig in deiner Gegenwart bei dem, was du machst. Und wenn du manchmal ein bisschen nervös bist, müde, gestresst, kann das sein, dass du mit deinen Gedanken irgendwo bist, und bist aber nicht im Hier und Jetzt, nicht präsent im Alltag oder präsent in deiner Gegenwart. Und es gibt eigentlich einen ganz guten Trick, der dir aber hilft, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen oder diesen Moment wirklich zu leben und zu spüren, weil du kannst nur im Moment leben. Und wenn du zum Beispiel lernst oder trainierst, deine Wahrnehmung auf deine Atmung zu richten, dann bringt dich das zurück zu dir selbst, zu deinem Körper und zu dem Moment, den du gerade hast und den das Leben dir gerade schenkt. Weil wenn du mit deinen Gedanken, mit deiner Wahrnehmung zu deiner Atmung kommst, dann kannst du nicht gleichzeitig auch in der Zukunft oder in deiner Vergangenheit hängen. Und dann bist du gerade wirklich bei dir, dann bist du gerade im Moment. Und wenn du das bist, dann ist auch deine Energie hier im Moment und in deiner Gegenwart. Und du vergeudest nicht deine Kraft und deine Energie mit Zukunfts- oder Vergangenheitsgedanken, sondern kannst wirklich ganz effektiv und produktiv in deinem Alltag sein. Ich möchte dich gerne in die Atmungwahrnehmung mit reinführen oder dich dahin leiten. Das ist etwas, was man üben kann, was man trainieren kann. Vielleicht klappt das am Anfang noch nicht ganz so gut, aber je öfter du das machst, desto besser wirst du daran. Und es gibt eine Atemübung aus dem Yoga, die nennt sich Wechselatmung. Ich erkläre dir einfach kurz, wenn du es noch nicht kennst. Du nimmst den Daumen und den Zeigefinger und mit diesen Fingern hältst du jeweils ein Nasenloch zu und wechselst immer von einer Seite auf die andere Seite. Ich mache das einmal ganz kurz, so langsam, dass du einfach sehen kannst, was dir passiert. Mit dem Daumen hältst du dir eine Seite zu. Dann kannst du nämlich durch die freie Seite einatmen. Dann nimmst du mit dem Ringfinger die freie Seite, drückst sie zu und atmest durch die andere Seite aus. Durch die gleiche Seite atmest du wieder ein. Nimmst den Daumen, hältst die freie Seite zu und wächst es auf die andere Seite, atmest aus. Wieder in der gleichen Seite einatmen. Mit dem Ringfinger zu halten, durch die freie Seite aus. Zimmst du wieder die freie Seite, atmest ein. Und wechselst mit dem Daumen, atmest auf der anderen Seite aus. Sechselt immer hin und her und auf einer Seite hast du jeweils eine Einatmung und eine Ausatmung. Probier das für dich einfach in Ruhe, gerade ein paar Atemzüge aus. Du kannst da für dich einmal ein Tempo finden, was angenehm ist. Und vom Sitzen her, schau, dass du es bequem hast, dass deine Schultern locker sind. Möglichst den Rücken aufrecht. Wenn du lieber liegen möchtest, kannst du das auch machen. Dann leg dich entspannt auf eine Matte und auf deinen Boden. Du kannst dich gerne anlehnen, also schau, welche Position für dich jetzt bequem ist und finde dich da ein. Spür deinen Körper, deine Sitzbahnhöcke, Kontakt zur Matte, deine Wirbelsäule in die Länge. Und dann komm für dich in einen gleichmäßigen Atemrhythmus. Du kannst deine Augen dabei schließen. Vielleicht kannst du dich dann besser konzentrieren. Atme in den Bauch. Spür die Länge deiner Einatmung, deine Ausatmung. Nimm deine Atempause wahr, die ganz automatisch eintritt. Und beobachte deinen Atem, wie er gleichmäßig ein- und ausströmt. Wenn du schon etwas geübter bist, diese Atemübung schon öfter gemacht hast, dann kannst du in einem Rhythmus von 3, 9, 6 atmen. Das bedeutet, drei Sekunden einatmen, neun Sekunden die Luft anhalten oder neun Sekunden deine Atempause halten. Und sechs Sekunden ausatmen. Das vertieft deine Atmung, lässt dich ruhiger werden. Und für den Körper, der bekommt mehr Sauerstoff. Probier das aus, wenn du möchtest. Und such dir einen Rhythmus, der sich für dich gut anfühlt und der für dich natürlich ist. Beobachte deine Atemtiefe. Spür deine Atembewegung. Und finden etwas Ruhe hinein. Du darfst zulassen, bei dir selbst anzukommen. Deinen Körper zu spüren. Und wahrzunehmen, was jetzt im Moment geschieht. Bleib noch einen kleinen Moment bei deiner Atmung. Ich habe noch zwei bis drei tiefe, entspannte Atemzüge. Tief in deinem Bauch. Dann löse langsam auf. Du darfst deine Augen gerne wieder öffnen. Und dich etwas strecken, recken, dich ein bisschen rollen, dich bewegen. Ein bisschen aktiver werden. Und wir machen weiter mit ein paar Übungen für deinen Körper, für den unteren Rücken, für den Hüftbereich, Hüftbeuger. Der ja häufig recht entspannt ist vom Sitzen, vom Stehen, vom Laufen. Ich zeige dir ein paar Dehnübungen. Und wenn du rollst oder legst dich dazu einmal auf deinen Rücken, kannst die Beine zum Körper ranziehen und deine Knie umarmen. Und locker mit deinem Becken auf- und abwippen. Das tut besonders dem unteren Rücken beruschen. Und auch hier wieder alles sollte sich für dich gut anfühlen. Lass gerne die Beine zur Seite kippen. Das Becken zur Seite kippen. Oder die Beine leicht öffnen und schließen. Wieder heranziehen und kombiniere die Bewegungen so, dass es für dich harmonisch ist. Das Becken kreisen. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Oder auch die Beine öffnen und kreisen. Dann lege mal ein Bein auf deine Matte. Das andere Bein ziehst du zum Körper ran. Also dein Knie Richtung Brust. Das andere Bein streckt sich. Bleibt an der Matte liegen. Und dann wechselt auf die andere Seite. Das Bein ablegen. Das Knie ranziehen. Und noch einmal wechseln. Wenn du magst, dann integrierst du deine Atmung. Also mit deiner Ausatmung das Bein ranziehen. Lösen und wechseln. Sodass du mit der Ausatmung die andere Seite zum Körper ranziehst. Einen Moment hältst du. Und noch einmal wechselst. Mach das noch so zwei bis drei Mal auf jeder Seite. Und für dein inneres Auge, da kannst du einmal Richtung Wirbelsäule gehen und deine Wirbelsäule abscannen. Sodass die komplette Wirbelsäule für dich am Boden liegt. Und spür das einmal. Dann hast du nämlich komplett Kontakt mit deinem Rücken zur Matte. Und löse auf. Die nächste Position nennt sich der Schmetterling. Das ist eigentlich eine ganz schöne Bezeichnung. Die kommt aus dem Yoga. Und dabei nimmst du deine Fußsohlen zueinander. Lässt deine Knie auseinanderfallen. Dann kannst du deine Arme entweder lang über den Kopf strecken, sodass es wieder in Verlängerung der Wirbelsäule geht. Oder wenn es für dich angenehmer ist, kannst du hier die Arme anwinken. Wenn es für dich unangenehm ist, beide Beine gleichzeitig zu öffnen, dann kannst du ein Bein strecken. Und nur eine Seite nach außen bringen. Also probiere hier wieder für dich aus. Das, was sich gut anfühlt, das ist eigentlich das Wichtigste. Dass du lernst, doch deinen Körper zu hören. Zu spüren, was er braucht, was er nicht braucht. Was heute dran ist. Und das kannst du ihm geben. Wer es sogar mag, hier ein bisschen dynamischer zu dehnen oder Bewegung reinzubringen, der kann die Knie ganz leicht nach außen federn. Atme wieder tief in den Bauch. Deine Bauchatmung behalte bei. Spür die komplette Wirbelsäule. Wahrscheinlich merkst du am unteren Rücken, dass deine Lendenwirbelsäule sich etwas löst. Das ist in Ordnung. Spür deine Schulterblätter, aber auch einen entspannten Nacken. Bleib noch vier bis fünf tiefe Atemzüge in dieser Position. Genieße die Öffnung in deiner Hüfte. Die Dehnung im Hüftbeugern. Und bring auch dort deine Atemzüge hinein. Ein letztes Mal ein tiefer Atemzug. Deine Ausatmung löse auf. Und eine letzte Position noch für euch. Nennt sich Happy Baby. Ist auch eine interessante Bezeichnung für eine Yoga-Position. Gut für die Hüfte. Auch eine Hüfteöffnung. Du kannst deine Zehen greifen, deine Fußsohlen. Je nachdem, wie es für dich gerade angenehmer ist. Deine Fersen. Die Fußsohlen nach oben zur Decke schieben. Auch hier mit dem kompletten Rücken, wenn möglich, an der Matte bleiben. Also deine Lendenwirbelsäule darf sich etwas lösen. Aber versuch den Rest gut auf deiner Matte zu spüren. Und hier kannst du auch etwas variieren. Die Beine etwas mehr öffnen. Etwas mehr zusammenbringen. Und finde eine Position, in der du auch den Hüftenbereich, den Hüftenbeuger wieder gut spüren kannst. Und in eine angenehme Dino-Spannung bringst. Deine Atmung lässt du tief in den Bauch fließen. Noch drei bis vier tiefe Atemzüge in dieser Position für dich. Die Hüftenbeuger reagiert ganz empfindlich auf Stress. Wenn du da gut verspannt bist, dann ist es umso wichtiger oder umso besser, da regelmäßig reinzudehnen oder Beweglichkeit reinzubringen, um den gestressten Muskel wieder etwas zu entspannen. Dann löse auf, greife ein Knie und komme mit Schwung nach oben zum Sitzen. Das war so ein kleiner Ausschnitt aus dem Body and Mind. Was für den Kopf, was für die Seele, was für den Körper. Ich hoffe, du konntest ein bisschen runterfahren, dich entspannen. Ich freue mich, wenn du die nächsten Videos auch dabei bist, wenn du einschaltest. Und ja, ich sag mal bis bald. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön.